Und wie ihr solche Aquarien in Minecraft bauen könnt ohne Mods, das zeige ich euch jetzt in diesem Video-Intro. Und für das erste Aquarium, das zeige ich euch, wie ich die Fische hier reingesetzt habe. Aber eigentlich beziehe ich mich nicht nur auf die Fische, wie ihr das Aquarium baut, das ist eigentlich ziemlich einfach. Ich habe jetzt hier einen Quarzrahmen gebaut, dann ein blaues Glas davor, damit ist da kein Wasser drin, es sieht aber so aus. Dann Sand und Gras, damit ich hier dieses hohe Gras setzen kann, damit es so ein bisschen wie Ranken aussieht. Und wir kommen jetzt zu den Fischen. Und zwar sind das Spielerköpfe, die kann man sich an der 1.8, auch schon in der 1.7 kann man sich die geben. Und je nachdem welches Gesicht der Spieler dann hat, das wird dann auch als Kopf angezeigt. Da habe ich jetzt hier drei Fischarten drin. Und zwar habe ich die hier in der Kiste, das ist der Tintenfisch, dann der Kugelfisch und ein ganz normaler Fisch. Wie ihr euch die geben könnt, dafür braucht ihr Commands. Also ihr könnt das nicht mit dem Slash-Gift, dann euren Namen und dann zum Beispiel Head-Spielername. Das funktioniert nicht mehr, ihr braucht halt einen Command-Block. Und da kopiere ich mir das hier schnell raus, setze den Command-Block hier hin und zeige euch, was ihr machen müsst. Und zwar gebt ihr einfach ein. Die Befehle stehen alle nochmal in der Videobeschreibung, da könnt ihr gerne reingucken. Da sind noch die Befehle für das nächste drin. Da ist es wichtig, denn da empfehle ich euch einen Test abzuschreiben. Aber ihr schreibt einfach Slash, also ohne Slash, weil das macht ja der Command-Block schon, äh, GIF, dann P-Adenta, Minecraft, ähm, Doppelpunkt, School. Das müsst ihr genauso schreiben, wie sie steht. Eine Leerzeile, dann 1, Leerzeile 3, dann so eine geschweifte Klammer, School, Owner. Das müsst ihr auch so schreiben, aber kopiert das am liebsten aus der Videobeschreibung und fügt sie einfach ein und dann gebt ihr hinten den Namen ein, zum Beispiel, äh, ich glaube, Pirate, äh, Rye war jetzt ein Name. Und dann gebt ihr euch einfach einen Knopf, setzt den mit Shift da ran, ja genau, und dann bekommt ihr hier diesen kleinen Fisch. Die kleinen Fische könnt ihr so, 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 äh, ich glaube, es geht noch weiter, ja, so und so setzen. Also ihr könnt hier drehen, wie ihr wollt und, ja, dann mache ich das schnell, ich setze die Fische jetzt einfach mal hier rein. So, und damit habe ich die jetzt hier drin platziert. Ihr seht, das sieht schon so ein bisschen aus, als wenn da kleine Fische drin schwimmen, vor allem weil die Köpfe auch ziemlich gut aussehen und mit dem Gras und dem hohen Gras sieht das so ein bisschen aus wie Seetang. Als Beleuchtung habe ich hier hinten einfach so eine Seer-Laterne aus der 1.8 reingesetzt, damit das Ganze dann bei Nacht, ich kann kurz Nacht machen, damit das Ganze dann auch so schön beleuchtet ist. Und jetzt kommen wir schon zum zweiten. Das zweite Aquarium funktioniert mit beweglichen Fischen und zwar ist das nach dem Prinzip, dass ihr eine Fledermaus habt. Die Fledermaus wird unsichtbar gemacht durch einen Effekt, den Invisibility-Effekt und auf dieser Fledermaus reitet dann ein Fisch, also das ist dieser Riding-Befehl und zwar das Item des Fisches. Darum seht ihr, die gammelt da hinten jetzt gerade alle in einer Ecke. Die sollten sich dann aber mit der Zeit bewegen, ihr habt das ja im Intro gesehen, aber die ganzen Fledermausen sind hier oben. Ja, der bewegt sich jetzt und so jetzt bewegen sich die Fische schön. Äh, die können auch nicht die spawnen, weil da müsste ja die Fledermaus erst sterben, aber der Fisch bleibt halt trotzdem da. Und wie ich das gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Und zwar, da das Item ja auf der Fledermaus ist, würde die Fledermaus gegen die Decke fliegen, wenn das jetzt ein Block wäre und der Fisch wäre in der Decke. Darum habe ich das Ganze mit so unsichtbaren Barrieren gemacht. Das heißt, der Fisch steckt, wie ihr da hinten seht, trotzdem in der Decke, also in diesem Block. Aber man sieht ihn noch, da die Barrieren ja unsichtbar sind. Also bauen wir hier oben einfach, äh, ja, solche Barrieren hin. Ich habe das jetzt schon gemacht. Und damit kann man da auch nicht reinfallen. Die roten Teile verschwinden nach einiger Zeit. Äh, gut, da unten ist jetzt schon ein Fisch drin. Ich habe das eben noch getestet. Und dann setzt ihr das Ganze auf die linke, beziehungsweise rechte Seite. Den Complug müsst ihr gucken, wo das hingespawnt wird. Ich setze ihn jetzt auf die Seite. Das war nämlich eben mein Fehler. Darum hat er jetzt auf die andere Seite gespawnt. Hier fliegen jetzt auch irgendwo Fische rum. Hm, keine Ahnung. Auf jeden Fall setzt ihr hier einfach einen Knopf dran und schreibt den Command da rein. Hier seht ihr zum Beispiel Effekt. Ähm, dadurch bekommt dieser, äh, diese Fledermaus halt diesen Unsichtbarkeitseffekt. Dieser Command steht natürlich auch, wie alle anderen, in der Videobeschreibung. Auch die ganzen Spielernamen für die Köpfe. Und wir klicken auf dann. Damit steht im Chat, was gesetzt wurde. Und sobald ihr hier draufklickt, wird ein neuer Fisch da reingespawnt, der sich dann auch bewegt. Ich kann das jetzt übertreiben. So, schlechte Tierhaltung. Oh. Und spawn da jetzt mal ganz viele Fische rein. Sieht jetzt nicht schlecht aus, muss ich sagen. Ähm, und ja, so könnt ihr halt ein bewegliches, eine bewegliche Fische in einem Aquarium machen. Und wenn euch das gefallen hat, äh, könnt ihr ja gerne einen Daumen nach oben geben. Äh, außerdem zeigt ihr mir damit halt, dass meine Arbeit jetzt nicht umsonst war. Ich saß da jetzt fast einen Tag dran. Äh, die Idee hab ich auf Reddit gesehen. Die Umsetzung hab ich selbst gemacht. Auch hier dieses, ähm, Aquarium hab ich auf Reddit gesehen. Und, ja. Letzte Folge in der Zehnten hab ich ja gesagt, es gibt einen World Save. Den gibt's auch. Könnt ihr gerne in die Beschreibung gucken. In diesem Video. Äh, da hab ich das Ganze auf Planet Minecraft hochgeladen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Wieder. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.